Die Bewerber kommen einfach nicht zum Vorstellungsgespräch. Die rufen auch nicht an, die sagen auch nicht ab und egal wie oft man es versucht, erreichbar sind sie danach auch nicht mehr. Das ist eine Sache, die ich in jüngster Vergangenheit oft von Praxisinhabern gehört habe. Und welche drei Fehler dafür verantwortlich sind, dass Bewerber nicht zum Vorstellungsgespräch erscheinen und dann auch nicht mehr erreichbar sind, das verrate ich Ihnen im heutigen Video. Mein Name ist Leo McGuire. Gemeinsam mit meinem elfköpfigen Team unterstütze ich über 200 Zahn- und Facharztpraxen deutschlandweit beim Thema Mitarbeitergewinnung und wir haben schon für über 700 nachhaltige Stellenbesetzungen gesorgt. Der erste Fehler, den ich immer wieder sehe, der gemacht wird beim internen Verfahren mit den Bewerbern, ist, dass es keinen klaren Plan und keine klare Struktur für das Verfahren mit den Bewerbern gibt. Was sehr wichtig ist als Erkenntnis, wenn man einen Prozess oder eine Vorgehensweise optimieren möchte, ist, dass dafür erstmal eine Vorgehensweise definiert sein muss. Viele Praxisinhaber und auch Praxismanagerinnen rufen Bewerber einfach nach Gefühl an, führen irgendwie das Gespräch, nur gibt es, wenn man das so macht, keinen Punkt, an dem man ansetzen kann, um überhaupt ein solches Gespräch zu optimieren. Auch ist es oft so, dass die Bewerberanrufe im Alltag stattfinden und zwischen vielen anderen Aufgaben und vielen anderen Dingen, die man sonst noch so zu tun hat, stehen und dann einfach Dinge vergessen werden, Fehler gemacht werden, diese Bewerbergespräche nicht optimal ablaufen. Und das ist dann ein Grund, warum Bewerber sich am Ende nicht richtig aufgehoben fühlen und nicht zum Vorstellungsgespräch erscheinen. Der nächste Fehler, den ich immer wieder sehe, ist, dass eine negative Einstellung vorherrscht, was die Bewerber oder die Gespräche mit den Bewerbern angeht. Vielleicht wurden mal schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht oder vielleicht wurden auch jetzt gerade einige schlechte Erfahrungen mit Bewerberkontakten gemacht. Und was ich Ihnen sagen kann, ist, dass eine negative Einstellung in irgendeiner Form vom Bewerber, mit dem Sie sprechen, sofort bemerkt wird. Das schwingt einfach durch, das fühlt die Person, wie Sie selber eingestellt sind gegenüber diesem Gespräch oder dieser Person gerade. Und wenn eigentlich innerlich eine negative Einstellung bei Ihnen vorherrscht oder bei Ihrer Praxismanagerin oder bei der Person bei Ihnen aus der Verwaltung, dann bemerkt der Bewerber das sofort und führt vielleicht auch unter guter Miene das Gespräch mit Ihnen weiter, hat sie aber als Option eigentlich schon längst aussortiert. Der dritte Fehler, den ich immer wieder sehe, ist das fehlende Interesse und das fehlende Verständnis für den Bewerber. Warum möchte die Person denn bei Ihnen arbeiten? Oft wird einfach nur das Abfragen von Qualifikationen gemacht und dann etwas über die Praxis erzählt und dann einfach einen Termin vereinbart. Oder noch schlimmer, es wird einfach angerufen und einfach einen Termin vereinbart. Das kann ja so gar nicht funktionieren, weil der Bewerber weiß vielleicht selber auch gar nicht, warum er ganz sicher zu Ihnen kommen sollte und nicht irgendwo anders hin. Und Sie wissen auch gar nicht, ob diese Person überhaupt passt. Das bedeutet, es hat gleich zwei Nachteile. Wenn Sie einen dieser Fehler gerade machen, dann sorgt das allerhöchst wahrscheinlich dafür, dass sich der Erfolg mit den Bewerbern, die Sie vielleicht sogar haben, einfach nicht einstellt. Und wenn Sie wissen wollen, wie Sie Ihren internen Bewerbungsprozess richtig aufstellen, so dass Gespräche super gut verlaufen, Bewerber motiviert sind, zu Ihnen zu kommen, zum Gespräch erscheinen, auch direkt den Arbeitsvertrag unterschreiben wollen, dann gehen Sie gerne mal auf www.leomcguire.de, melden Sie sich dort zum kostenlosen Erstgespräch. Da werden wir Ihnen ganz genau erklären, wie das funktioniert. Und wenn Sie auch generell passende Mitarbeiter für Ihre Praxis gewinnen können, dann machen Sie das Gleiche, melden Sie sich bei uns und wir werden Ihnen dazu mehr sagen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit diesen Tipps und viel Spaß mit den weiteren Videos.